Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von IUDEN Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Okay, wir haben es so weit gemacht. Lass uns Aldrich finden und ihn runterladen. Das ist gut. Jetzt haben wir es zu Ende. Zeit ist auf unserer Seite und wir müssen es nicht verletzen. Okay. Wir machen das. Wer nimmt mich mit? Du bist sicher in meinen Händen. Francesca bis zum Schluss, glaube ich. Momo? Die kann gut angreifen und eigentlich müsste... Ach, Marisa ist ja gar nicht dabei. Ha. Ha. Oder, ähm... Ne, Marisa ist nicht dabei. Schade, die hätte ich gerne mit reingenommen. Ich glaube, Noah stelle ich einfach mal mitten nach hinten. Francesca kann heilen. Ich hoffe, sie kann genug heilen. Dann kommt hier vorne Yugo mit rein. Perfekt. Du hast mich gefreut, als ich aufgewandelt war. Und dann eigentlich... Wavy. Weil der auch echt gut reinhaut mit seinen Angriffen. Aber Euphirius... Ich würde gerne meine Runen noch mal anpassen, wenn ich könnte. 262... 280... Ja, da war 315 Verteidigung. Ich bin bereit, zu helfen, wie immer ich kann. Ich probiere es mal mit der Kombi. Jetzt, folge mich! Zur Glückwunsch! Heute... Wir spüren das Blut von Krieg, Kali. Wir sind... Wir werden unsere Zähne... Und nicht mehr loslassen. Oh, gute Glückwunsch zu dir. Du brauchst einen Rest. Das ist richtig, richtig! Ohne der Fähigkeit. Habe ich denn noch etwas Schönes? Scheinbar nicht. Für ihn. Francesca. Krone der Arcanen-Magie. Er erhöht die Magie um 15%. Er erhöht Fähigkeiten um 20%. Er erhöht das Glück um 20%. Da macht man richtig Kritschern wahrscheinlich, ne? Verteidigung um 15%. Komm, du bekommst Gift. Nun gut. Wen haben wir noch? Momo. Die kann halt alles. Rune der Flut könnte ich ihr anlegen. Rune der Leere. SP-Wiederherstellung auf 2 pro Runde. Das ist ja krass. Also die muss ich mit der Magie, muss ich die nochmal richtig hoch pumpen. Ich glaube, auf jeden Fall kriegt sie hier die Dunkelheit rein. Rune der Leere. Rune der Leere. Zur Not, dass sie auch heilen kann. So. Dann hier eine Zweier. Dann hier eine Zweier. Sonst nichts. Ich wünsche dir viel Spaß bei FFX16. Befriedige die Gesucht. Klopp ordentlich Monster. Hau Kombos raus. Verprügel alles, was dir im Weg steht. Das gleiche mache ich hoffentlich auch hier noch. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und fleißiges Schreiben. So. Inferno passt eigentlich schon. Dann kann ich aber Rune des Feuers. Könnte ich rausnehmen. Könnte ich austauschen mit. Rune des Abgrunds. Mut haben wir. Sturm. Machen wir das noch mit rein. Gut. Bis denn. Bis zum nächsten Mal. Und noch einen wunderschönen Abend und ein schönes Wochenende. Best Wochenende. So, dann haben wir das. Können wir bei Noah noch was. Rune des rücksichtslosen Schlitzers. Das ist noch gesperrt. Magie 15 bringt mir nichts. Dann lieber die Fähigkeit hoch. Oder Glück. 239 Glück. Lassen wir es mal so. Sane noch mal reingucken. Sane, wo bist du? Da. Gut. Er hat ja auch Rune des Wassers. Schon mal gut. Schlafschlitzer. Wenn in der Vorhut wird es zumindest Kampfes heißblütig. Glück. Erhöht die magischen Effekte des Runensplitters um 20%. Magie um 15%. Oh. Was macht man denn da? Was macht man denn da? Erhöht Glück um 20%. Ich glaube seine Verteidigung könnte mal ein bisschen hoch. Nochmal Verteidigung hoch. Also er hat jetzt Geschwindigkeitsboost. Aber Geschwindigkeit ist jetzt nicht so von Bedeutung. Fähigkeiten hoch. Oder? Machen wir es doch mal. Das ist noch gesperrt. So. Wolle ich jedenfalls? Bis zum nächsten Mal. Wenn jemand irgendwo was kaufen könnte, dann werde ich sie verkaufen. Hey! 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 Ich werde sie verkaufen. Hey! Das reicht. Da war nochmal zwei, so. Marisch Tropfen 17. Ich denke, das sollte reichen. Ich hoffe, wir können jetzt gut in die Schlacht gehen. Dass das reicht. Achacke! Angriff! Oh, hier knallt es ja richtig. Dann laufen wir erstmal den Weg lang. Mal gucken, was so... 98 Schaden? Ah, ist okay. Ganz ungewohnt, Noah in der hintersten Reihe zu sehen. Oh, oh. Ums. Schöner Crit von hinten. Einwandfrei. Ups. Aua, ich verschreckt ins Mikro. So? Nichts zu worrychen. Ist es? Ich fühle mich stärker. Gut, mein Arzt heilt mich gleichzeitig. Das ist eigentlich ganz gut. Aber durch mein... Es dauert doch schon mehr länger. Es ist fast wieder drei Stunden drin, ne? Gibt's hier Schatzkisten noch, oder? Gibt's hier auf dem Feld Schla... Äh, Schatzkisten? Oder ist das einfach nur so gemacht? Oh, Spaß. Kann ich mir ja nicht vorstellen, oder? Die wollen mich halt hier... ein bisschen veräpfeln. Vielleicht ein bisschen veräpfeln. Swords! Ist doch ganz gut aus, oder? Ja, ich habe ihn! Gut gemacht, mein Junge! Ach doch, hier ist was. Magisches Weihwasser, cool. Da ist ja schon ein bisschen... Schade. Mach Ei! Das gibt bestimmt gute Eier. Die beiden können jetzt auch ihre Kombo mal wieder raushauen. Ihre Helden-Kombo. Oh, 62. Das war eine wertvolle Erfahrung. So, dafür bin ich jetzt hochgegangen. Sehr gut. Würde ich mal sagen, keine weiteren Umwege. Jetzt wird hier durchgezogen. Bis zum bitteren Ende. Ups. Oh, hat es mich fast erwischt. Guck mal an. Begebe das. Das ist die Wahrheit, um zu holen. Das ist das. Verdammt. Das ist das. Zack. Gestand, wunderbar. Muss ich bestimmt noch mal gegen Heinrich kämpfen, oder? Was? Verdammt. Das ist das. Du bist fertig. Was ist das? Du bist fertig. Du bist fertig. Das ist das? Ein einfaches Weg ist noch gut. Jetzt wieder. Wunderbar, cool. Ha, ha, ha. Na dann mal schnell weiter hier. Premium Heilkraut für Francesca. Weil der Arzt heilt schon echt gut. Muss man ihm lassen. Schon sehr hilfreich, also ich... Ich gucke mich jetzt hier nicht mehr groß rum. Warum? Sagte er und guckt erst mal an der Leiter. Ich habe gar kein Ei bekommen beim letzten Mal, ne? Das eine ist abgetaucht. Das hat sich eingegraben. Wo hat es sich hingegraben? Ja, 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 ja. Das ist es. Und bleib die Hölle runter! Champion Ei, da ist es. Schönes Champion Ei. Falls ich mal ein bisschen was züchten möchte. So. Schön verworren hier, alle. Sieht mal noch irgendwas glänzender. Sieht nicht so aus, ne? Dass hier noch irgendwie was... ...großartig rumliegt. Hier könnte noch was sein. Aber ist nicht. Naja, gut. Machen wir einen Autokampf. Ich trinke mein wunderbares Minz-Zitronenwasser. Aus eigenem Anbau. Die Minze. Lecker schmecker. Original Bio angebaut. Schmeckt halt echt wie Eistee, wenn man das aufkocht. Abkühlen lässt. Halt meinen eigenen geilen Eistee. Ein bisschen Schuss Zitrone drin. Hat man so einen Minz-Zitronigen Eistee. Geil. Einfach lecker schmecker. Wunderbar. Ich bin richtig gut. Das ist ein echt langer Weg hier zum... Eldrick. Ich habe immer noch geneigt zu gucken, ob da... Ob da irgendwas ist. Es könnte ja was sein. Die Chance besteht. Das triggert mein kleines... Mein kleines Lootherz. So. Das ist es. Was? 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 So. Spring doch nicht in die hintere Reihe. Was ist los mit dir? Lass Francesca anruhe. Sie hat dir nichts getan. Das ist es. Das ist es. Und bleib in die Hölle runter! Oh. Entschuldigung. Ja, Francesca ist ein bisschen geschwächt. Die müssen wir mal heilen. Obwohl 133 wieder hochgeheilt. Gar nicht schlecht. Ich habe doch hier noch geile Gegenstände. Warum rüste ich die denn nicht aus? Also ein Topaz-Arm reif für 30 Verteidigung. Rubin-Brösche. Rubin-Arm reif. Guck mal, da gibt es nochmal ein bisschen mehr Schmackes. Sie hat gar nichts. Magie 15. Magie 15. Magie Verteidigung plus Rüstung. Das kriegt sie. Sie hat Magie plus Sie kann aber auch einfach mal die MP hochballern. SP plus 1 Magische Attribute Resistenz stark. Physische Das ist auch nicht schlecht. Magie hoch. Fähigkeiten hoch. SP plus 1 ist schon nicht schlecht. Die Konterrate moderat, ja. Und bisher gar nichts. Magie Verteidigung. Meist mal so. So, und auf. Weiter hier. Mancheska ist geheilt. Wunderbar. Wunderbar. Hier kommt nochmal der schöne Speicherpunkt. Ich mach mal hier am besten. Ach du Kacke, ey. Da muss ich mich denn hier noch durchschlagen. Da ist ja noch ein langer Weg. Damit hätte ich nicht gerechnet. Na ja. Schnetzeln wir uns aber schön durch. Ja. Was? 296, mein Gott ey! So? Sie haben uns über sie gewohnt. Wunderbar. Schnell weiter. Ah, es lädt halt schon zum Erkunden. Nein, das ist halt einfach richtig mies. Viermal Premium Heilkraut ist dann aber auch schon ne nette Sache. Aber zu oft ist es halt wahrscheinlich so wie hier, dass da einfach nichts liegt. Und du einfach nur, ja, hinters Licht geführt wirst, quasi. Ah, modifiziertes Exemplar wieder. Einfach weg. Weggerotzt. Weggerotzt. Zack. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Wunderbar, wunderbar. Es läuft wie am Schnürchen. Ich glaube nicht, dass hier irgendwie noch großartig Gegenstände rumliegen. Ich kann unten langlaufen, ich kann oben langlaufen. Da haben sie aber ein ganz schön großes Lager aufgeschlagen. Das ist ja eher gigantisch. 92 und gestunnt. Das ist halt Dreck. Komm schon! Kein Schaden. Ich muss immer noch sagen, mit der Einschätzung so 90%. Guck mal, den langen Weg da nach unten. Ich schwöre, wenn da jetzt nichts... Komm ich da gar nicht hin? Nee, ich komm da nicht hin. Ich wäre da jetzt gern hingegangen. Wenn da nichts gewesen wäre... Ich hätte mein Leben gehasst. Aber zum Glück ist der blockiert. Ansonsten wäre ich sehr wütend geworden. Da ist auch nix cool. Probieren wir es mal. Swords, einen auf zwei. Was? Ah, 112. Guck mal, 103. Das ist nicht so gut. Sane. Da gehen sie einmal... Zweimal auf den schwächsten und... Du kriegst halt ein Heilkraut. Dafür greift es aber nicht an. 155, das finde ich auch nicht cool. Sie hat nur 95 schon. Die tankt auch gut was weg, die Kleine da hinten. Echt krass. Oh, er macht noch sein Zamala als Bonus oben rauf. Also die Sperrkämpfer sind ein bisschen nervig, weil sie meine hintere Reihe auch angreifen. Runde freigeschaltet. Immer gut. Oh, Pferde. Hallo Pferdis. Ich tue euch nichts. Echt. Ich will nur zu eurem Boss. Dem will ich auf den Sack hauen. So. Ein Ogre. Was die alles haben. 31 Unternehmen. Cool. Einfach ein Ogre. Was? 142? Ein Quit habe ich bekommen. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein. Ja, 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 ja. Ich bin jetzt fertig. Ja, komm mal. Mit deinem Schwertregen hier. Musst du nicht immer so angehen. Nichts, was zu beantworten. dass du den jede Runde abfeuerst. Rundsplitter Wasser 6. Weiter geht's. Ui! Einen großen Lizard haben sie auch dabei. Oh, ist das ein Riesen-Kack-Gebiet. Jetzt da unten noch komplett durch. Ist da oben was? Glänzt da oben ein bisschen was? Nee, ne? Dann geh ich da nicht auch hin. Dann geh ich nicht da hin. Weil die ganzen Winkel laden natürlich zum Erkunden ein, aber bisher gab's nicht viel zu entdecken. So wie hier. Reißer Reptor. Solange sie die zwei angreifen, ist alles gut. Und weg. Wunderbar. Dann schnell weiter. Äh, ja, die... Das sieht so aus, als ob man da hin könnte, aber die Wege sind abgeschnitten. Da ist nix. Dann geht's einfach mal hier weiter. Ich glaube nicht, dass ich jetzt nicht irgendwelche wichtigen Sachen liegen lasse. Warum auch? Bin gespannt. Endkampf? Was könnte da jetzt auf einen zukommen? Eldrick natürlich, der sich mit irgendwelchen Runenlinsen quasi dopt. Also erst mal sich vollpumpt mit Runenkraft, dass er irgendwie das übelste Monster wird. Und davor könnte vielleicht noch ein Kampf gegen Heinrich sein. Weil Heinrich hält ihm ja die Treue bis zum Tod. Also ich glaube, da muss man erst Heinrich verprügeln. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn Eldrick mehrere Phasen hat. Ja, also... Erst normal gegen ihn kämpfen, vielleicht auch ein Einzelduell. Ein Zweierduell, zwei gegen eins, weiß ich nicht, kann er nicht so. Aber auf jeden Fall wird er sich dann mit seinen Runenlinsen hochpumpen. Dass er halt stärker ist. Das ist so meine Einschätzung. Schön daneben. Also es wird wahrscheinlich mehrere Phasen gehen. Das haben sie jetzt ja schon öfters gemacht, so wie Kämpfe mit mehreren Phasen. Ob ein Gimmick mit eingebaut ist? Keine Ahnung. Würde ich mal denken nicht, dass sie jetzt irgendwie noch einen Gimmick-Kampf machen. Ansonsten Amethyst-Arm-Ralf. Okay. Sie lassen auch Gegenstände fallen. Magieverteidigung plus 30. Nicht schlecht. So, was für dich? Ja. Oder vielleicht hat Eldrick auch noch ein Monster in der Hinterhand, dass man jetzt erst mal gegen ein Monster von ihm kämpfen muss. Ein Versuchsobjekt. Kann natürlich auch sein, dass das Heinrich-Versuchsobjekt. Dann kommt Eldrick-Phase 1. bis weiß ich nicht wie viel. Oh, ein Elite-Reichssoldat ist sogar dabei. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so läuft. Mal gucken, ob ich es auch auf Anhieb schaffe. Den letzten Kampf, die letzten Kämpfe. Aua, ein Scharn. Aua, ein Scharn. Aua, ein Scharn. Oh, komm. Sogar noch ein Level-Aufstieg. Wie wunderbar. Geheilt. Also, es macht sich echt bezahlt, dass ich gerade den Heiler dabei habe. Dass ich mir darüber null Gedanken machen muss, ums Heilen. Das hat sich gelohnt. Die Allianz-Strike-Team wird hier in jedem Moment, Herr Graes. Wir müssen schnell wegziehen. Es ist zu late für das. Ja, da sind wir schon. Aldrich! Zappelnder Aldrich. Well, well. Wenn es nicht der treibendste Kessling-Welb und der Kommander der wunderschönen Allianz. Noah, war es? Das ist richtig. Ich bin Noah. Was ist hier? Ach, ach. Weil wir kommen, um dich zu schreien. Wir machen dich für meine Kopf. Bist du, Junge? Und noch? Meine Grund ist groß. Denn ich bin derjenige, der diese Welt in eine neue und glückliche Evolution. Vielleicht muss man auch gegen alle drei kämpfen. Das kann natürlich auch sein. Ich bin derjenige, die Arbeit der Rune-Lenz ist die Macht. Ich werde den Weg in ein blöderes Zukunft für alle Humanität führen. Aber nur bei der Kosten der innozenten Leben. Wir enden dein blöden Schema, Aldrich. Dein Traum stirbt heute. Erstmal muss man an Heinrich. Entschuldige mich, Heinrich. Aber du wirst wissen, was ich fragen muss. Das ist nichts, um dich zu vergeben, deine Gräse. Du hast mein Leben saved. Und es ist dein, zu nutzen, wie du Fett schaffst. Ich werde dieses Akt der Loyalität und Kürz immer wieder Ich kann keine größere Ehre wissen. Und sie kämpfen mit? Geh zurück hier, Aldrich! Ah, nee. Ah. Nicht ein Schritt weiter. Ich bin Imperial-General Heinrich. Die Dukes Schild. Die Dukes Sorge. Und ich werde dich stoppen, sogar am Kosten meiner Fleisch, meiner Leben und meine Seele. Du wirst sterben, Sane. Du wirst sterben, Noah. Gott, das war ja schon mal eine richtige Prediction. Erstmal in Heinrich vorbei. Wir machen das. Schlitz den mal weg. Erstmal einen Blitzsturm auf alle. Auf den. so, was kann sie was kann sie was Nadel Abweisung des Planeten die Rüstungswerte alle verbinden Erdbrecher ruft der Unterwelt kann sofort töten schweren Dunkelschaden zu massiven Dunkelschaden zu halt greifen wir mal richtig an hier Oh, der eine ist ja wirklich gleich tot 111 25 gut er greift zweimal an immer gleich ein auf Nischel hier gut auf jeden Fall muss der greift normal an sie macht mal eine schnelle Wiederherstellungswelle sie macht genau das gleiche ich helfe dir helfe ich helfe helfe Fight, fight, fight. Oh, die Freundschaftskombo holen wir mal raus. 160 MP. Komm, machen wir mal die Entferno-Säule. Ah, den Kessling, den greifst du gerne an. Oh Gott, wie sie... Nee, er ist ja ein Er, Momo ist ja ein Er. Ergänse ich immer. Was für Geräusche er von sich gibt. Das hat ja mal gar keinen Schaden gemacht. Heilen sich einfach mal richtig, der Badass. Gegen den Kopf mal nicht an. Bam! Oha! Oha! 363? Momo, Alter, was ist denn mit dir falsch? Dass du so einen raushaust. Mach mal den Wasserschleier. Den hau ich nochmal raus. Also, solange er die vorne angreift... Nicht weiter schlimm. Schützen, was wir müssen gegen Magie noch. Ja, du hast es gewonnen. Das war ein Glück, da komme ich wieder! Mein Turnier. Komm, hau den Schlitzer raus. Die Rücksichtslosen. Und du heilst. Es läuft doch ganz gut. Also Heinrich hat jetzt nicht so viel... ...ne, so viel zu melden. Kann man gut im Schach halten. Sane schwächelt ein bisschen. Wenn man bei ihr noch die Magie hochboosten würde, dann... Oh, Heinrichs Verteidigung ist runter, aber Heinrich ist noch nicht mal im gelben Bereich. Was? Geh das! Sie mag doch einfach so 134 Schaden. Das war mal ein ordentlicher Angriff. Also Heinrich hat schon geile Moves drauf. Muss man ihm lassen. Schwert des Feuergottes Aars hat er seinen Angriff hochgeboostet. Bist du alles okay? Lass mich heilen. Hey, du gewonnen. Das war knapp. Mein Turnier. Nochmal. Nochmal. Das würde ich ja gerne mal sehen. Massiven Dunkelschaden. Ah, sie hat schon eben Schwert des Feuergottes hätte ich ja auch noch. Naja, sie macht mal einen normalen Angriff und er muss, äh, sie muss heilen. Oh, er geht auf die Knie. Oh, dass die Verteidigung runter ist, merkt man ja richtig. Hätte ich Momo gar nicht mehr so hoch. Oder kriegt er einfach mal einen Gnadenstoß? Komm, hau raus, die Seelenpresse. Ich will's sehen. Fünfhundert, acht und neunzig. Rune der Feuersbrunst. Das ist ja nochmal eine Stufe höher. Nochmal heftigere Feuermagie. Ganz ruhig, Kollege. Wir müssen nach Eldrick gehen. Ich werde nicht... ...dass du... ...eine Lens... ...dass... 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 ...dass du noch mal zum Monster durch eine Lens... ...denn. Oh Gott, die Sprecher. ...dass du etwas... Das ist zu viel für ein Mensch zu kontrollieren. Wenn das nicht... ...dass du das Elenst. ...lein Gnad... ...lein Kleine... Ich würde nicht... Ich würde nie... Ich würde nie... Die Königin hat uns nur gewünscht. Und ich werde nicht, dass ich in seinem Weg stand. Ich bin sein. Jetzt und immer! Er hat seinen Reku gebraucht. Es gibt nichts, was die Magie zurückhält. Der springt sie einfach in die Luft. Aldrich hat es gebraucht. Ich bin sorry. Alles das Gleiche. Die Imperial-Armee ist zurückgekehrt. Warte. Wollt ihr... Wir haben gewonnen. Aber was ist mit den Juken? General Goldwyns Gefängnis Aber wir müssen den doch noch. Ja, aber trotzdem. Es kann doch jetzt nicht das Ende sein, oder? Es muss ja noch ein Kampf folgen, irgendwie. Ja, wer auch mal, äh... Kommt da echt noch so viel? Was ist denn hier los? Oder ist es das jetzt gewesen? Da, Goldwyn. Was ist das? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir können uns nicht mehr, Marissa. Mein Name ist pronunct Marcuse. General Goldwynn! Lieutenant Sane Kessling, ich bekomme dir eine Gratitude. Oh, Goldwynn wird unverbündeter. Der Reichsgeneral. Ich ziehe mein Toupet vor ihn. Und die schließen sich jetzt auch alle an. Der Reichsgeneral, wie hast du das gemacht? Nach dem Norrister für Straglern schlief ich in den neighboringen Landen, bis der Moment richtig war. Das war der letzte mögliche Moment. Norrister, Generalin Elektra. Norrister, Leutnant Maxim. Haha, was mir sagt, der gute Taktiker wollte es diesen Weg. Kommandant Noah, mit deiner Verpflichtung, ich und meine sovielführenden Dragonnude-Warrior wünschte, um die Allianz zu sein. Du wärst herzlich willkommen, General. Oh, der hat geile Schwerter. Der sieht krass aus. Aber, warum hast du mit uns entschieden? Lady Periel hat mich mit ihrem noblen Spirit gewonnen. Wenn ich zurückkehre, was ich gemacht habe und mich vergleiche, fühle ich mich sehr schade. Die Allianz hat zusammengebrachte alle Formen der Kräfte und Ideale. Ich glaube, das ist der Grund, dass wir gewonnen haben. Erstmal feiern, Party. You got a fight for your right to party. So, dann feiert mal hier ein bisschen, Leute. Da gibt es bereits eine beeindruckende Sprechung, die drüben sind. Well, nicht mich aufhören lassen. Alle, schau mal rein. Und das ist ein Ordnung. Tch. Aber da muss ja noch was kommen, oder? Da muss doch jetzt noch was kommen, dass es weitergeht. Ich glaube, ich muss etwas unbeziehungsvolles Wissen geben. Was ist das? King Silas Bailurin died in prison, nachdem er geholfen von dem Empire geholfen. Der King ist... ...dead? Er hat dich gehalten? Das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja krass. Ich dachte, er knickt sofort ein. Das hätte ich ja überhaupt nicht erwartet. Hat er ihn gegeben? Heute hätte er wahrscheinlich die größte anders. General. In der Friedenszeit hat King Salas niemals verfolgt, nach seinen Subjekten zu schauen. Er war wirklich zu uns. Und zwar, er hat uns verabandert in unserer Zeit der größten Neue. Aber der real King Salas, der, den ich erinnere, war ein guter Mann. Okay, ich werde besucht. So. Was... Was kommt denn jetzt noch? Wir haben so einen Spannungsbogen aufgebaut, haben diese riesige Schlacht gewonnen und hätten fast den Duke gestellt. Oh, wie habe ich das Gefühl? Es papuscht hier gerade alles. Oh, das ist... Oh, das... Es kam mir zu mir, dass ich dich nicht richtig gegründet habe. Für was? Ich habe mich gefragt, ob du in Eltisweiss hast. Nicht nur hast du eine Armee von Resistance, hast du es in eine unglaubliche Haus für so viele Menschen verändert. Also, für die Rekord, Noah, danke dir. Gangeshin. Um, natürlich. Ich meine, du bist willkommen. Ja, Gangeshin, genau. Aber du hast nur so viel Kredite, Perry. Ich hätte nicht gemacht, ohne dich zu geben. Also, du weißt, danke dir auch. Um, Perry? Mhm. Mhm. Uh, was soll das sein? Was soll das sein? Ja, naja. Ich wünsche dir gute Nacht. Tomorrow, wir werden offensichtlich kommentieren. Also, du solltest besser arbeiten mit deinem Sprache. Sleep gut, Noah. Ich würde es nicht lernen. Ich würde es nicht lernen. Hui. Äh, erstmal speichern. So. Ich gucke mir mal die Versandberichte an. Achso, ja, ich muss meine Rede halten. Aha. Nix mit Versandberichte checken. Halt mal eine Rede. Ja, ich habe alle. Das ist nichts wie das letzte Peptalk. Ja, naja, es gibt nicht ein Billion Leute, die draußen warten, um uns zu töten. Ein guter Punkt. Through your determination, your courage and your spirit, we have emerged from our long battle victorious. And we gather here today to share in that joy together. I'm just glad we came out of it alive. But while the battle may be won, the war is not. Even so, there's nothing wrong with taking a day to celebrate. Hear, hear. Commander Noah, would you say a few words to commemorate our victory? Oh, um, Ray. Let's see how they react when their guards are down. Let's see how they react when their guards are down. Sie opfert sich. Perry! What happened? Who did that? There, get it! Ich bin schockiert. Uiuiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben dalassen, über einen Kommentar freue ich mich auch und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich sage Tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.